Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Doom. Es geht tatsächlich noch weiter. Ich hab ja erst schon gedacht, dass wir beim Finale wären, finalen Kampf wären. Aber nö, das geht hier tatsächlich noch weiter. Also in so einen Priester müssen wir noch erledigen. Jetzt gibt's erstmal ne neue Knifte. So, dann soll ich wieder nach Elben. Oh, ein bisschen unübersichtlich hier. Er bohrt dann so ein Raumschiff. Ohne und Hobolift. Meine Güte. So, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier so erwartet, ne? Bitte bleiben Sie ruhig. Ihnen wird eine kleine Veränderung der Umgebung auffallen. Keine Angst. Dies ist Teil des Plans. Das Superblutnest befindet sich in der Nähe. Dort nahm die Invasion ihren Anfang. Am ältesten und verdorbensten Ort auf dem Planeten. Der Ork wehrte sich erbittert, doch schließlich gewannen die Dämonen die Überhand. Ah, das sieht fast nicht so aus hier am Anfang, ne? Geht den jetzt überhaupt lang? Hallo? Okay. Auf jeden Fall ne neue Optik, neue Umgebung auffällt jetzt hier irgendwie. Geht doch wieder runter eigentlich. Ne. Wie komme ich denn da hoch? Hm. Na ja, jetzt haben wir hier alles wieder. Ein bisschen was vor uns, würde ich sagen. Oh, hallo. Komm ich hier lang? Ja. Ey, 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 ich muss jetzt mal Überblick behalten. Hm. Okay. Okay. Nee, ich schubsen. Ich fühl, dass die Waffe mal stärker war. Aber tatsächlich, da brauchen wir auch mal neue Dinge so können. Oh, du kannst Sachen machen. Ohoho. 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 Ja, du kannst. Ohoho. 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 So, hier haben wir jetzt keine Mumpel mehr drin. Ne, die Timo's mal noch auf. Ohohoho. Muss erstmal tun. was man ja irgendwie wird einsammeln wäre toll und zu uns auch immer gut die ganze länder sind auch nicht ewig beträgt so und hier wieder hoch naja diese Mistviecher schon wieder und hier rinden wir noch nicht das wird wohl noch kommen oh jetzt habe ich noch den Raketenwerper oder was hallo und alle nochmal von vorne das wäre eh also ruhiger wird es eher nicht aber heute ist ja auch ein bisschen logischer so erstmal die dicken kaputt machen ne und hier noch ein bisschen Raketenwerfer zeugs toll 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 womit endlich auch selber schaden von diesem Raketenwerfer ich glaube das habe ich immer noch nicht beantworten können oh oh das ist ja auch das ist ja auch das ist ja auch das ist ja auch ich müsste man die alle mit dieser Kettensäge halt machen um so ein bisschen Munition zu sparen zwei oh 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 und da nicht die sind auch eklig oh ne mit der Waffe oh oh ich brauch noch eine Waffe oh 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 die nerven ja aber auch was zusammen seid ihr und erst mal weg und erst mal weg das sind jetzt hier neue gegner eine salve können wir hier noch abheben wie das aussieht mein flammenwerfer schon benutzt verdammt jetzt haben wir auch nur zweimal so ein raketending nein doch nicht da denn langtags da solltet den ding nein hallo noch keine zeit für dich da oben war munition da bin ich nur noch diese scheiß dinger hier ne ja ja wir haben ja noch die dinge da war eine übelste nachladezeit hier der teil so was haben wir hier noch übrig gelassen da bin ich auch noch so viel leben habe für sowas noch oh okay oh oh ne die waffe bringt mir jetzt nicht wirklich weiter so gut gelaunt ist der hier nicht meine frosse ey hier hat schon was los war ist halt voll dumm ne aber volle lotte meine güte ecwurtsal nicht rechnull erstmal für die folge sonst werden die wieder so unmöglich lang das dauert dann immer nur ewigkeiten bis es bei youtube hochgeladen ist und 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 guck mal da oben da versuche ich in der nächsten folge mal ran zu kommen und ja vielen dank fürs zugesehen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss Vielen Dank.